In der Welt von One Piece ist der L-Buff-Start ziemlich komisch, denn allein im aktuellen Kapitel gibt es viele Auffälligkeiten und Fehler, die Eiichiro Oda so noch nie passiert sind. Ruffy fehlt der Strohhut, mal hat er eine Waffe, mal eine andere Waffe. Sein Gear 3 wird auch in der offiziellen Ausgabe als Gear 4 deklariert. Auch bei Nami und Lyssop gibt es einige Fehler. Was ist da los? Führt uns Oda mit einem bestimmten Plot hinters Licht? Ist das Ganze eine Halluzination, eine Teufelskraft von jemand anderem? Wir schauen uns dieses Phänomen mal im Detail an und falls ihr keine Spoiler und News etc. zu One Piece verpassen wollt, ihr wisst was zu tun ist. Kanal abonnieren, Daumen hoch und wäre korrekt. Viel Spaß mit dem Video, los geht's! Leute, wenn ihr die Anime Dreamlight Concerts kennt, dürft ihr euch auf etwas Besonderes freuen. Die große One Piece Premiere der Dreamlight Concerts kommt zuerst nach Hamburg, dann auch deutschlandweit. Die Dreamlight Concerts sind bekannt dafür, Masterpiece-Anime-Konzerte deutschlandweit zu veranstalten. Und jetzt massieren sie exklusiv auch One Piece Konzerte in eure Ohren. Mit dem Start und exklusiv in Hamburg erwarten euch Special Guests wie die deutschen Synchronsprecher von One Piece und viele weitere Überraschungen. Erlebt die Peak Soundtracks aus One Piece live von Overtaken, To The Grand Line, Bing Sarko bis hin zum absoluten Klassiker, die Legende Leute, mit dem auch wirklich viele von uns aufgewachsen sind, alles live auf dem Piano performt. Falls ihr diese Gänsehaut-Erlebnisse nicht verpassen wollt, schaut dort auf jeden Fall vorbei mit dem Code KG5. Erhaltet ihr in den nächsten 48 Stunden knackige 5% Rabatt auf eure Tickets. Alle Links und Infos dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Viel Spaß damit und nun auf ins Video. Der Start von L-Bahn ist geglückt, zumindest kann man dies meinen. Allerdings hat sich in den letzten Tagen natürlich immer mehr zusammengestaut, denn Leute, in diesem Kapitel gibt es sehr ungewöhnliche, auch noch nie dagewesene Fehler, die natürlich einige One Piece Analysten sehr, sehr hellhörig haben werden lassen. Wir schauen uns einfach mal diese ganzen Punkte an und versuchen mal herauszufinden, woran das liegen könnte. Ist hier oder einfach am strugglen oder steckt da viel mehr hinter, denn Leute, so viele, ich sag mal, Detailfehler gab es eigentlich noch nie in One Piece, wo man dann natürlich so die Vermutung aufstellt, ey, das könnte doch mit Absicht sein, denn wir haben dafür eigentlich auch ein perfektes Setting, eine perfekte Ausgangslage, denn die Theorien verdichten sich in diese Richtung immer mehr, dass wir hier entweder eine Halluzination haben, einen Traum haben oder eine mysteriöse Teufelsfrucht von einem mysteriösen Etwas, die hier ganz schön ins Geschehen eingreifen. Wir schauen uns erstmal so diese ganzen Detailfehler an und ich würde einfach mal sagen, wir gehen erst einmal zu Ruffy, denn wenn wir uns Ruffy in diesem Kapitel mal im Detail anschauen, dann stimmt da so einiges nicht. Zuallererst wäre natürlich die große Frage, wo ist der Strohhut von Ruffy? Ruffy geht nirgendwo hin ohne seinen Strohhut. Wir sehen ihn weder auf dem Kopf, er hat nämlich so einen Wikingerhelm, darunter kann der Strohhut einfach aus Platzgründen nicht sein. Ruffy hat den Strohhut auch nicht auf seinem Rücken gebunden, so wie er ihn manchmal auch trägt. Darüber hinaus fehlt dann natürlich auch die Schnur, wo dieser Strohhut dann auch befestigt ist und dann wird es ganz, ganz weird. Ruffy hat nämlich in einem seiner allerersten Panel gar keine Waffe auf dem Rücken, das kann man ganz gut sehen. Im nächsten Panel hat er dann auf einmal irgendwie ein Schwert umgebunden auf dem Rücken und dann im nächsten Panel hat er auf einmal eine Axt statt dieses Schwert auf dem Rücken. Ich meine, man könnte ja sagen, okay, Ruffy hat nach dem Angriff das Schwert gepackt, sich eingesteckt oder sonstiges, aber das sind drei verschiedene Ruffy-Design-Ausgangspunkte, wo man sagen kann, okay, das könnte vielleicht ein Fehler von Oda oder von den Assistenten gewesen sein, aber diese Kontinuität, die diese Fehler in diesem Kapitel annehmen, wird noch super interessant, denn wir bleiben bei Ruffy, denn wenn wir uns Ruffys Version seines Angriffes gegen diesen Riesenlöwen anschauen, dann ist es sehr, sehr interessant, denn Ruffy sagt hier Gear 4, obwohl dies ganz klar eine Gear 3-Attacke ist und diese kleinen Detailfehler, die ziehen sich auch bei Nami und Lysop weiter. Der Nami hat zum Beispiel im ersten Panel auch keine Waffe auf dem Rücken, dann auf einmal ein Schwert und dann am Ende wieder kein Schwert. Wir haben dasselbe auch bei Lysop so ähnlich, denn der hat ja eigentlich immer seine Umhängetasche und diese fehlt dann auch in einem Panel danach wieder. Also wir haben hier sehr, sehr komische Variationen von alternativen Möglichkeiten, die natürlich super, super spannend sind, einfach mal darüber zu quatschen, denn ja, es könnte auf der einen Seite tatsächlich ein Fehler oder mehrere Fehler sein, was dann natürlich auch ziemlich crazy wäre, aber da wir sowas noch nicht wirklich in so einem Ausmaß gehabt haben, ist die Möglichkeit da, dass hier alternative Plotpunkte dazu führen, dass diese Fehler auftauchen. Ich habe auch in einer meiner letzten Videos mir sehr intensiv die Frage gestellt, wie konnte das Original Strohhutbanden gespannen, wie konnten die schon so früh auf L-Buff auftauchen bzw. ankommen, wobei ja der Rest der Strohhutbande noch bei den Riesen auf dem Schiff ist und die sind ja noch unterwegs nach L-Buff. Auch das Detail, dass die Thousand Sunny hier gelöst gewesen ist, die war ja eigentlich mit einem Seil gesichert, macht das Ganze sehr, sehr spannend. Ich persönlich muss sagen, sie sind irgendwie auf L-Buff angekommen, vielleicht durch einen heftigen Coup de Bast, wobei der ja dann tatsächlich nur laut Fakten nur ein Kilometer weit reicht, ja, aber vielleicht hat man da irgendwie ein Upgrade gehabt durch Vegapunk oder Sonstiges. Also, dass sie auf L-Buff tatsächlich sind, ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, aber das, was dort gerade abgespielt ist, ist schon really sus. Die erste Möglichkeit und Theorie, die schon sehr, sehr heftig diskutiert wird, ist natürlich folgende, dass die Strohhüte an und für sich noch betrunken sind und dass dieser starke Alkohol, dieses Absintheit der Riesen aus L-Bahn so heftig ist, dass zum Beispiel Nami hier halluziniert, dass Nami hier eventuell träumt das Ganze, dass man so sich diese Fehler oder Ungereimtheiten vorstellen und erklären kann. Auf der anderen Seite, was dagegen spricht, ist dann natürlich die Art und Weise, wie die Panel gezeichnet werden, denn Träume, Flashbacks und so weiter, die werden ja meist mit einem düsteren oder dunklen Hintergrund gezeichnet. Würde heißen, wenn oder tatsächlich jetzt hier ein Traum- oder Halluzinationsplot machen würde, wäre einfach die Consistency nicht gewahrt. Eine weitere Möglichkeit und Theorie, die ich auch sehr interessant finde, wäre, dass Loki derjenige ist, der dafür verantwortlich sei. Denn in der nordischen Mythologie, worum es nun mal teilweise auch in L-Buff geht, was einer der Main-Punkte ist, ist Loki einfach der Inbegriff eines Trickser-Gottes und dieser arbeitet sehr eng mit Illusionen und Täuschungen beziehungsweise auch Verwandlungen zusammen oder ist damit verbunden. Das heißt, Loki kann sich in andere Gestalten verwandeln. Er benutzt List und Betrug, um seine Ziele zu erreichen. Er scheint so ein richtig, richtig hinterhältiger zu sein. Und wenn tatsächlich Loki irgendeine Art Teufelsfrucht hat, die natürlich so eine gewisse Art von Illusion oder Halluzination bei zum Beispiel Nami auslöst, dann hätte man hier eventuell eine Erklärung für diese Ungereimtheiten und könnte somit sich auf etwas einstellen, was super interessant werden dürfte. Denn so eine Illusionsteufelsfrucht etc., das kann natürlich ziemlich heftige Ausmaße annehmen und diese Illusionen kann man höchstwahrscheinlich dann, sofern es so sein sollte, mit einem Haki durchbrechen. Naja, welche Möglichkeiten mit Illusionen oder Hypnose möglich sind, können diejenigen, die zum Beispiel Bleach gelesen oder geschaut haben, ziemlich gut einschätzen. Denn dieser gesamte Plot mit Eisen etc. ist schon ziemlich heftig. Aber hier muss ich natürlich nochmal ein bisschen zurückrudern, denn Loki wirkte von dem, was wir ja bereits kennen, ein bisschen gegenteilig von Eisen. Jemand, der hinterhältig ist oder Sonstiges. Der wollte ja damals Lola heiraten und hat die Big Man Piratenbanne den ja verarscht mit Chiffon. Und da war er ja dann so ein bisschen entzürnt darüber. Ich bin gespannt, was das für ein Charakter ist und ob der tatsächlich irgendwas mit Illusionen oder Hypnose etc. drauf hat. Dürfte auf jeden Fall super, super spannend werden. Nichtsdestotrotz möchte ich hier natürlich auch darauf aufmerksam machen, ja, es kann tatsächlich auch ein Fehler gewesen sein oder mehrere Fehler. Ich weiß, sowas gab es noch nie so großartig in One Piece, dass so viele Fehler auf einmal aufgefallen sind. Aber die Zusammensetzung dieser Fehler und die Fragen, die man sich stellen kann, gerade weil wir auf L-Bahn sind, gerade weil wir hier mit Loki eines Tages zu tun haben werden, die Tatsache, dass Loki mit Illusionen, Hypnose und so weiter, Tricks, Betrug und, 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 und arbeitet, lässt das ganze Plottechnik vielleicht sogar wieder in Waage fallen, wo man sagen kann, hey, da könnte mehr hinter stecken. Aber ich möchte das eine oder das andere nicht ausschließen. Warten wir einfach mal ab, was Oda hier geplant hat. Ich bin sehr gespannt, natürlich auch auf eure Meinung. Deswegen schreibt mir mal eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch gerne über Daumen nach oben freuen. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn ihr die Dreamlight-Concels besuchen möchtet, alle Infos dazu in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich dann fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen angenehmen Start in die Woche. Wir hören uns die Tage wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao und tschüss.